Was ist los denn? Was ist los denn? Hallo alle! Ich danke dir noch genau für das Verständnis, dass ich mir ein Liefer reden durfte und ja, noch auf Wiedersehen. Vielen Dank! Also, wir sehen uns! Tschüss! Warum eigentlich immer ich? Und? Was habe ich denn mit ihm getan? Das ist ja nicht immer so bestraft! Nein! Nein! Zum Glück habe ich dir sagen, tschau mal, lass dich jetzt mal hingehen!